Diese hier angebotene 2,5 Zimmer Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Niederkassel. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 70 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 890 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017